Langfristige Partner sind für uns enorm wichtig, da wir in der Jugendausbildung sehr viel Wert auf Kontinuität setzen. Wir investieren sehr viel in den Jugendbereich. Wir haben in jeder U-Mannschaft mindestens zwei Trainer. Wir haben Individualtrainer von der Athletik bis hin zum Dormantraining und dies kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Ressourcen. Für das sind langfristige Partner enorm wichtig. Sponsoren sind speziell im Jugend- und Kinderbereich enorm wichtig. Wir haben auf der einen Seite natürlich einen enormen Aufwand an Trainerressourcen, wir haben einen enormen Aufwand an technischen und Ausstattungsressourcen. Ich habe vom Gewand angefangen bis hin zum Outfit. Beim Jatz Gößendorf haben alle Kinder vom Kindergarten weg eigene Dressen bis hin zu Trainingsanzügen und Winterjacken. Dementsprechend kostet dies natürlich auch viel Geld und dafür sind Sponsoren enorm wichtig. Das Jatz Gößendorf steht für Jugendausbildungszentrum. Unser Ziel ist es, den Kinderfußball spezifisch auszubildend in einer Profil zu geben, damit wir sie in weiterer Folge dann irgendwo in einer Akademie in der Steiermark, in Kärnten oder im Burgenland unterbringen können. Das weitere Ziel von uns ist, eigene Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren. Wir haben aktuell zehn Spieler bei uns in der Kampfmannschaft, die einen Standplatz haben, die selbst hier ausgebildet worden sind im Jugendausbildungszentrum. Aber wir haben auch in unserer Jugend schon Spieler wie einen Lazaro-Nationalteamspieler ausgebildet, der im Fußball-Kindergarten bei uns war oder Selina Degen, die gerade in Hoffenheim in der Deutschen Bundesliga ihren Weg macht. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, vom Amateurfußball bis hin, wenn es natürlich passt, bis zum Profifußballer oder Fußballerin. Unsere Ausbildungs- und Spielphilosophie ist, viel Ballbesitz, das kreative Spiel nach vorne. Wir wollen auch verstärkt jetzt im unteren Bereich das Toninho spielen, also wir werden das bis zur U10 einsetzen. Ja, und auch das Pressingspiel. Das ist jetzt modern und das wird auch sehr gerne von den Kindern und Jugendlichen gespielt. Also quasi das Red Bull-System, das ja in Europa jetzt Einzug gehalten hat, das wird auch bei uns trainiert und umgesetzt in der Spielphilosophie. Uns ist es auch wichtig, dass jeder einzelne Spieler oder Spielerin sich mit dem Verein sehr hoch identifiziert. Uns ist es wichtig, die Kinder wirklich in den Verein zu integrieren, auch die Eltern zu integrieren. Bei den verschiedensten Veranstaltungen, bei Turnieren, sind Eltern wirklich immer mit dabei. Wir haben ein tolles Trainerteam bei uns in Gößendorf. Super Jungs und Trainerinnen, muss man erwähnen, die erstens einmal privat sich sehr gut verstehen, die super zusammenhalten, die aber auch eine sehr gute Ausbildung genießen. Uns ist es auch sehr wichtig, dass die Trainer dementsprechend ausgebildet worden sind. Wir haben aktuell gerade einen Abschluss von einem Trainer mit der UFAP-Lizenz. Das ist uns sehr wichtig, damit wir auch dieses Wissen dann an unsere Kinder weitergeben können. Vor zwei Wochen konnte ich die Prüfung für die UFAP-Lizenz abschließen. Das ist die zweitöchste Trainerprüfung in Österreich. Darüber gibt es nicht mehr die Pro-Lizenz. Mit dieser Lizenz darf ich bis zur Landesliga trainieren. Das ist aber nicht so wichtig für den Erwachsenenfußball. Ich finde, dass die Trainer allgemein eine gute Trainerausbildung haben sollten. Und je höher, desto besser. So kann man den Kindern extrem viel mitgeben. Man lernt extrem viel. Nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern auch für die Kids. Und je bessere Ausbildung wir Trainer haben, desto eine bessere Ausbildung bekommen die Kinder. Ich finde auch, dass es allgemein besser ist, die guten und gut ausgebildeten Trainer für die Kinder und Jugendlichen zu haben. Somit ist der Nachwuchs in besten Händen. Und für die Erwachsenen bleibt noch immer genug Zeit. Und ich sehe es selber bei meiner U. Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre schon mit den Kids zusammen und es ist wirklich bewundernswert, was man von den Kindern zurückbekommt. Und deswegen haben wir auch alle hier in Gößendorf so viel Freude und Spaß. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass viele Trainer auch jetzt dann noch den Weg weitergehen werden. Es sind schon einige in der Ausbildung und werden auch diesen Weg gehen, den ich gegangen bin. Und schauen, dass man so viele wie möglich in die B-Lizenz, sprich in die höchste steirische Lizenz machen können. Und somit ist es super für unsere Kids.